Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich eine kleine Ankündigung zu machen, denn es gibt schon wieder was zu feiern. Viel Spaß! Aber was gibt es denn zu feiern? Ganz einfach. Der Kanal Felix Bahr hat vor einigen Tagen die 40.000 Abonnentenmarke durchbrochen. Und nicht nur das, er hat sie mit einem derartigen Schwung durchbrochen. Es ist richtig krass, mit so ungefähr 209 Abos am Tag. Ich kann euch ja hier mal so eine kleine Statistik einblenden, wie das so in den letzten Wochen auf meinem Kanal aussah. Es ist wirklich, wirklich krass, was da gerade so abgeht. Der Kanal wächst so schnell wie noch nie. Er macht so viele Klicks wie nie zuvor. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen, weil ohne euch wäre das natürlich nicht möglich. Ich kann hier zwar rumhampeln und toll meine Videos machen, aber wenn sich halt die Videos niemand anschaut, ist so ein unfassbares Wachstum für das gesamte Felix Bahr Projekt einfach nicht möglich. Und da bin ich wirklich unfassbar dankbar dafür. 40.000 ist auch eine riesengroße Zahl. Das muss man sich mal vorstellen, wie unfassbar viele Leute es gibt, die sich für dieses Projekt hier interessieren, die sich für die Videos hier interessieren. Und die einfach mal mir dabei zuschauen, wie ich hier so lustig vor der Kamera rumhampel. Und das ist einfach eine mega beeindruckende Sache und ich bin mega dankbar dafür, dass ihr hier alle mit dabei seid. Weil ich wüsste ganz ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht YouTube machen würde. Weil YouTube ist einfach, ja, es ist mein Leben. Es ist großartig. Es ist, ach, morgens wache ich auf und denke so, was mache ich als nächstes für ein Video und so. Ich stecke Stunden und Stunden in Film, Schnitt, Skript. Das ist wirklich, ach. Und dann so ein großartiges Feedback zu bekommen, so ein riesiges Wachstum zu erreichen, das ist einfach eine unfassbar geniale Sache. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen und das Ganze auch ein bisschen mit euch feiern, weil nicht nur ich soll daran Spaß haben, dass es so gut läuft. Auch ihr sollt ein bisschen was davon mitbekommen und deswegen wird es ein Special Event geben. Und zwar einen Livestream. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, zu Abonnentenmarken Livestreams veranstaltet. Und für diejenigen von euch, die da schon mal mit dabei waren, die wissen auch, was für eine unfassbare Gaudi so ein Livestream ist. Es macht unendlich viel Spaß. Wie das Ganze ablaufen wird, ist folgendermaßen. Am Montag, den 7. Januar, Juli, also jetzt nächste Woche Montag, wird der Livestream auf diesem Kanal hier stattfinden, dem Felix-Bar-Kanal. Der Stream wird einfach in eurem Abo-Feed online gehen. Um 18 Uhr geht das Ganze los. Also wenn ihr den Kanal hier abonniert habt, was ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr dieses Video schaut, dann wird der Stream einfach wie ein ganz normales Video in eurem Feed erscheinen. Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr mir auch bei Twitter und Facebook folgen. Da werde ich den Link dann auch nochmal posten. Bei Twitter heiße ich atfelixbar und bei Facebook ist es www.facebook.com slash felixbar.tv Könnt ihr liken, folgen, wie auch immer und dann verpasst ihr das Ganze nicht. Und ja, da werde ich den Link auf jeden Fall mal posten. Und dann werden wir einfach einige Stunden streamen. Warum am Montag nicht am Wochenende? Ich weiß, Montag ist nicht so ein geiler Tag, wie jetzt zum Beispiel ein Samstag, um so einen Stream zu veranstalten. Aber am Montag ist kein WM-Spiel und am Wochenende bin ich leider nicht in der Gegend und habe keine Zeit. Und am Montag bekomme ich hier in meiner Wohnung netten Besuch vom Valentin Möller, den sicherlich fast jeder von euch eigentlich kennen sollte. Wenn nicht, Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Und von Max von MyEpicReviews. Der wird mich ja auch besuchen, auch zu dem sein Kanal, den ihr unbedingt kennen solltet. Ist der Link unten in der Videobeschreibung. Die zwei werten YouTube-Kollegen werden hier mit mir in der Wohnung da sein und den Stream veranstalten. Was wird bei dem Stream so passieren? Wie bei den letzten Streams auch. Wir werden einfach da sitzen, aus dem Live-Chat Kommentare beantworten, uns ein bisschen mit euch unterhalten. Es werden andere Technik-YouTuber im Stream noch mit dabei sein. Wer da alles Zeit hat und so, habe ich noch nicht so ganz geregelt. Aber es ist bisher immer so gewesen, dass noch andere coole Leute mit dazu gekommen sind. Und wir werden versuchen, ein paar von euch auch mit in den Stream reinzuholen und mit euch dann in diesem Google Plus Hangout ein bisschen zu quatschen. Und einfach so ein bisschen zu talken und einfach so eine entspannte, gechillte Laber-Session haben über einige Stunden. Und ja, wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein, wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr nicht Zeit habt, da am Montag ab 18 Uhr da mit dabei zu sein, das ist natürlich schade. Aber auch jetzt kein Beinbruch, weil es wird eine Aufzeichnung vom Stream geben, der dann nach Beendigung des Streams auf dem Kanal einfach als Video freigeschaltet wird. Also ihr könnt euch in der Aufzeichnung von dem Stream reinziehen, falls ihr das unbedingt wollt. Aber ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr live dabei seid, live mitkommentiert, live Fragen stellt und vielleicht auch mit in den Stream reinkommt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt. Am Montag um 18 Uhr geht der Spaß los. Hier auf dem Kanal und auf Twitter und Facebook weiß ich auch nochmal drauf hin. Mit Valentin Möller, Max von MyEpicReviews und anderen tollen Gästen und euch hoffentlich auch. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich freue mich auf Montag und wir sehen uns da. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ja, nochmal vielen Dank für 40.000 Abonnenten. Großartige Sache und ja, haben wir jetzt komplett durchgelabert das Video. Kein Schnitt. Naja, also ich freue mich drauf. Danke fürs Zusehen bei diesem Video. Danke fürs Zuschauen bei dem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten oder am Montag beim Stream. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Thumbnail action.